Zu dem, was ich heute schon gehandelt habe, vielleicht ist es ja auch nochmal interessant im Nachgang sich anzuschauen. Zwei Trades hatte ich heute und ich fange mal an mit der größeren Marktbeschau. Du hast ja jetzt schon ganz viel in deinem Chartbild übertragen und eingefügt. Das ähnelt logischerweise meinen, aber ich will nochmal zwei Punkte hinzufügen und zwar das Big Picture. Das ganz Big Picture hatten wir ja auch gestern schon mal besprochen, dass wir hier eine Analogie zum Jahr 2021 haben, dass wir hin und her laufen. Hin und her heißt, dass man vor allem an diesen Range-Kanten aufmerksam sein sollte. Auf der Oberseite ist das eben über der 16.200. Da haben wir dreimal jeweils ein neues Jahreshoch gesehen und auch Allzeithoch, wenn man so möchte. Und trotzdem ist der Markt immer wieder zur 16.000 und tiefer zurückgefallen. Auf der Unterseite ist eben diese Begrenzung, die 15.700, die wir uns auch immer wieder eingezeichnet hatten vom Chartbild her. Und wenn die mal brechen sollte, wie schnell es da nach unten geht, das haben wir ja erst Mitte Juli gesehen. Also das ist auch nichts, wo man dann überrascht tun sollte und sagen, oh, hat ja niemand gesagt. Ich bringe das mal bei TradingView rein. Immer diese 15.900, 15.700, das war auch mal so eine kleine Range, in der bewegen wir uns jetzt aktuell, ja, jetzt wieder auf der Oberseite, 900, 950. Aber wenn einmal diese Trendlinie hier nachhaltig gebrochen wird, gestern per Schlusskurs waren wir ja noch drüber. Wir waren nur Intraday drunter und Intraday waren wir eben genau an dieser 15.700, 705 war das Xetra-Tief, wenn du es ganz, ganz genau sehen möchtest. Wenn das mal bricht, kann es so ähnlich wie Mitte Juli hier auch sehr, sehr dynamisch nach unten laufen. Und ob das tief dann bei der 15.450 oder wo das war ungefähr, dann hält, das wage ich mal zu bezweifeln. Denn darunter haben wir nochmal ein Gap, hier eine größere Unterstützung, 15.200 und dann die 15.000. Also da kann es tatsächlich sehr dynamisch einhergehen. Ist aber nicht passiert, ja. Also bisher hat das eingebremst und mit dieser Erkenntnis, dass es dort so eine Zone gibt, hat man natürlich verbunden auch gleich Trading-Ideen entwickelt. Oder ich bin zumindest so, dass ich das gleich entwickle und dann auch aktiv umsetze. Also wir bremsen ab, wir kommen nach unten und wenn wir nach unten kommen und abbremsen, ist für mich das Long-Setup das wahrscheinlicherer. Weil wenn wir in der Range sind und solange wir in der Range sind, muss man unterstellen, dass der DAX auch in der Range bleibt, ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir nochmal von unten nach oben laufen. Und da gehe ich nicht ganz kurz vor einem Bruch einer Range, von einem vielleicht Bruch einer Range auf die Short-Seite. Ja und dann bricht sie wieder nicht und geht ganz dynamisch, wie wir es eben schon seit April immer wieder gesehen haben, von der 15.700 weg. Und ich bin bei, ich übertreibe jetzt mal, 15.706 gestern im Tief-Short gegangen und spekuliert drauf, dass nach dem Abschlag von gestern dann noch weitere Abschläge kommen und wir noch tiefer rauschen. Also das ist, glaube ich, vermessen, wenn du sowas machst. Da ist nicht mein Setup. Ja, gibt sicherlich viele, die sagen, ach, jetzt kommt der große Crash und ich will schon vor dem Bruch dabei sein. Aber rein charttechnisch positionierst du dich doch erst auf den Ausbruch hin, wenn der Ausbruch geschehen ist. Ja, also du machst doch auch erst den Regenschirm auf, wenn es regnet und läufst nicht einfach aus dem Haus raus. Also höchstens in London, weil die Statistik sagt, nach zwei Sonnentagen gibt es einen Regentag in London. Und dann nimmst du doch nicht automatisch am dritten Tag immer den Schirm direkt in Vorhalte und spannst den auf, ohne in den Himmel zu gucken, wo es hingeht vom Wetter her. Also so würde ich das mal zusammenfügen. Und deswegen ist das für mich, wenn wir am unteren Bereich einer Range sind, auch immer ein Indiz dafür, dass es nach oben gehen kann. Das hat Intraday aber nur die Auswirkung, dass wir im Fall eines Gaps auf der Unterseite, dass ich da eher die Tiefs kaufe. Das hatte ich auch gestern im Live-Spending-Rum hier mal dargestellt. Der gestrige Kauf war auf der Unterseite Long. Und danach wurde das Gap oben geschlossen. Die Marke, merken wir uns mal, das war um die 950 verankert, um den Markt danach wieder fallen zu lassen. Also das war ein interessantes Konstrukt. Und es sah gestern ganz genauso aus. Gestern sind wir auch herangelaufen ans Gap, haben das Gap dann innerhalb der Live-Trading-Session, auch wie wir bis 11 Uhr hatten, geschlossen, ganz genau. Und dann lief der Markt wieder zurück. Und zurückgeblieben ist genau dasselbe Bild, was wir auch am Montag hatten. Also Eröffnung mit einem Gap hochlaufen. Und nach dem Gap-Close geht der Markt in der Schwächephase über und läuft nach unten. Kann sich dort nicht mehr stabilisieren. Gestern machten neue Tagestiefs. Das ist am Montag dann eben auch der Fall gewesen in der Mittagszeit. Und die Tiefs, die waren dann tatsächlich so tief, dass wir einmal abgerutscht sind unter die Tiefs der letzten Handelstage. Also nicht nur das Vortagstief wurde rausgelöst, um die 15.800, sondern auch das Tief, was wir zu den NFP-Daten am Freitag hatten. Das war der 4. Juli. Da standen wir im Tief um 15.800 Punkte oder 780, also knapp drunter. Haben dort ein Doppeltief ausgebildet und sind intraday wieder angestiegen. Aber eben weder über die 15.950 nachhaltig noch auf der Unterseite dann mit einem ganz dicken Move unter die 15.700. Deswegen heute Morgen der Morgen Vorbereitung, Bodenbildung, Fragezeichen. Und diese Bodenbildung als Fragezeichen habe ich dann zum Anlass genommen, heute Morgen erstmal zu schauen, kommt mal irgendwo in Long rein. Und nun war der Markt vorbürstlich, das ist dann das mittelfristige Bild aus der Präsentation, dann war der Markt vorbürstlich aber schon so stark, dass wir gar nicht mehr die Option hatten oder ich gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, da reinzukommen in den Markt. Bei 15.774 war der Schlusskurs Xetra und irgendwo tiefer wollte ich dann reinkommen. War aber nicht der Fall, denn der Markt ist gleich von dem Tiefgestern ausgehend über den ganzen Abendverlauf hinweg nach oben gelaufen und hatte in der Vorbürste schon ein Gap von rund 100 Punkten. Also ein neues Gap, diesmal aber auf der Oberseite ausgebildet. Und dieses Gap auf der Oberseite, ja warum ist das entstanden? Das ist auch ganz kurz angemerkt, nicht etwa nur, weil das so eine magnetische Wirkung hat, der Bereich 15.900 bis 16.000, auch ein Bild von gestern übrigens, sondern weil im Handelsverlauf, das sieht man ganz deutlich, wenn man die Märkte sich mal komplett anschaut, der DAX 1730 schließt, 1730 Schlusskurs, im Minus war minus 1,1 Prozent, da war nur der TechDAX ein bisschen schwächer, der Eurostox auf dem gleichen Level, denn zu dem Zeitpunkt waren die US-Märkte sehr, sehr stark unter Druck. Insbesondere der Nasdaq, der hat die Tiefs rausgeholt, die er in den letzten Handelstagen formiert hat. Zum Schlusskurs war das gar nicht mehr so wild. Ja, 0,87 Prozent, auch ein Minus, aber wir standen über 100 Punkte tiefer im Tief. Ja, also wir hatten nicht einen Abschlag von 134 Punkten, wie zum Handelsende hier auf der Übersicht zu sehen, sondern zwischenzeitlich 250 Punkte. Und das ist schon eine Meißlatte, wo man sagt, oh, der ist richtig unter Druck. Ich bringe dir das Nasdaq-Bild, das will ich mir hier mal mit rein. Der hat jetzt in den letzten Tagen jeden Tag ein neues Verlaufstief gezeigt, aber wurde auch wieder hochgekauft. Und da könnte man jetzt orakeln, hängt der sich trotz Bruch eines Aufwärtstrends. Wir haben noch einen längeren Aufwärtstrend, wir haben noch einen längeren Aufwärtstrend. Der geht dann ab dem März los. Den habe ich jetzt hier in dem Zeitrahmen logischerweise nicht mit eingezeichnet. Also der verläuft aktuell um die 15.000, die Linie. Auch da kann es nochmal hinlaufen. Da waren es ja von gestern nur noch 1% tiefer. Also im Tief waren wir ja um die 150, also bis zu 15.000 glatt, wären es dann auch nur nochmal 150 Punkte gewesen. Nochmal so eine Bewegung, nochmal so ein Rausschütteln wie gestern. Und dann wären wir dort gewesen. Aber der Markt hat sich eben dafür entschieden, wieder nach oben zu laufen. Und das geschah am Abend. Und diese Abendkurse, das siehst du dann eben nur im Endloskontrakt. Also so ab 18 Uhr, wenn du da den Mauszeiger mal anlegst, ich kann mal drüber hauern, ob das funktioniert, ob man da was sieht, da hat man auf alle Fälle die Option, dass es um die 15.800 mit der Überschreitung der 15.800 das Nachmittagshoch in der Nachbörse rausgenommen, dass da eben nochmal weitere Käufe reinkamen, die dann auch am Morgen noch dabei waren. Also am Morgen ging es ja sogar noch eine Etage höher über die 15.900. Und dann kam die Eröffnung, die dann eben wieder im mittelfristigen Zeitrahmen über den ganzen Tiefpunkten der letzten Woche stattfand oder der letzten Handelstag. Also das heißt, dieser Bruch, um das mal zusammenzufassen, im Xetra gestern mit der Option auf Bodenbildung an der 15.700 hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele zugegriffen haben, dass dieser Abwärtstrend überschritten wurde und dass der Markt am Morgen da ordentlich Drive aufgenommen hat und dann auch vom Start weg ein Gap hier einzog. Und dieses Gap, das habe ich dann entsprechend auch natürlich mit abtransportiert und in ein Setup umgemünzt. Und wenn der Markt schon irgendwie 150 Punkte stärker öffnet als am Vortag geschlossen, dann bin ich nicht mehr der, der einsteigt, sondern der nach einer potenziellen Widerstandszone sucht. Und jetzt tragt ihr das gerne mal ab, also 15.875, 15.900 der Bereich, da kommen wir rein in die Handelseröffnung und haben dann quasi die Abwärtstrendlinie überschritten. Wo sind denn dann die nächsten möglichen Wendepunkte? Das hat der Markus auch ganz gut hier dargestellt. Natürlich wieder bei den Hochpunkten der letzten Handelstage. Wir hatten am Montag den Schlusskurs auf 15.950 und am Freitag bei 15.951. Also ganz eng aneinander. Und das ist auch dann, wenn ich jetzt nochmal umschalte auf das Setup, was ich heute Morgen gehandelt habe, der Punkt, wo man sagt, aha, da probiere ich es mal. Wenn wir der Zone nahe kommen. Nun sind wir bei der 30 ungefähr gewesen, 15.930 und du siehst unten den Aufwärtstrend. Das ist eben genau der Aufwärtstrend, den ich dir im Endloskontrakt gezeigt habe. Der ist, oder der Kurs ist weit von diesem Aufwärtstrend weggelaufen. Und das bringt mich dann immer wieder an den Gedanken, ja, wir nähern uns einem Widerstand. Wir sind weit von dem Aufwärtstrend weggelaufen und wir haben noch einen Gap im Hinterkopf von gestern, ein ziemlich großes. Also vielleicht zieht es den Markt nochmal zu dem Gap hin. Das heißt, ich habe in Richtung dieser Widerstandszone eine erste Position aufgebaut und diesmal nur zwei CFDs, weil es eben eine erste Position sein sollte, die ich verkauft habe bei 30 und den Stopp gesetzt in der Nähe der Hochpunkte, also dieser Widerstandszone, weil ich bis dahin auch nochmal gewillt war, die Position auszubauen. Also vielleicht noch einen zweiten Trade zu tätigen, nochmal short zu gehen. Das Ganze ist leider nicht geschehen. Das heißt, ich war zwar im Gewinn, der Trade entwickelte sich in die Richtung, die ich angedacht hatte, nach unten, ist ja ein Short Trade gewesen, aber eben nur mit der halben Positionsgröße, die ich angedacht hatte. Trotzdem ist ja auch in Ordnung, wenn es dann in deine Richtung läuft, da freut man sich ja trotzdem. Und da bringe ich dann auch gerne das Fazit hier mit rein, was dann geschehen ist. Ich habe die 15.900 als Schwelle genommen, wo ich mir sage, okay, da gehe ich wieder raus und warte nicht darauf, bis wir an die Trendlinie laufen, denn das Momentum war eben so hoch auf der Oberseite. Was ich habe, habe ich ja. Also da habe ich die 59 Euro mit zwei CFD, sind es genau 30 Punkte mitgenommen. Du siehst die Order hier komplett und habe dann eben darauf gewartet, dass wir nochmal da ran laufen. Als wir nochmal da ran gelaufen sind, bin ich erneut Short gegangen und zwar dann genau auf dieser Schwelle, auf der 51. Ich habe einen Stopp dann, wie ich es eben gerne mache, 20 Punkte weggesetzt und das Ziel dann wiederum beim ersten Einstieg platziert, möchte ich dir auch hier zeigen. Hier ist also der Metatrader jetzt im Xetra-Kontrakt und der zweite Trade ist dann eben mit einem Take Profit bei 33 rausgegangen. Also nochmal 20 Punkte mit zwei CFDs hier mitgenommen. Das waren meine Trades heute im DAX. Und jetzt warte ich ganz aufmerksam drauf, ob der Markt eben drüber kommt, ob er sich drüber etablieren kann. Momentan sieht es so aus, als ob er hier weiter Fahrt aufnimmt. Und wir sind fast am Tageshoch. Irgendwie muss man das ja auch nochmal rüberziehen. Ich glaube, irgendwie ging es auch, dass man, hier geht es genau, dass man das hier rüberzieht, ein bisschen mehr Platz hat. Also da ist jetzt als nächstes tatsächlich diese Gap-Kante, über die wir gesprochen haben, aus der vergangenen Woche maßgeblich. Ob wir da ran laufen, ob wir da rein laufen und ob wir durchlaufen, die geht tatsächlich bis zur 16.020. Das zeige ich dir gleich im Chart und möchte darauf hinweisen. Wenn du das auch mal mit mir nachvollziehen möchtest, wie ich das Ganze handle, dann komm gerne zum DAX Live Trading bei mir am Morgen hinzu.